Wie können wir mit Streamtibes komplexe Datenanalysen einfach machen? Mit Streamtibes möchten wir komplexe Datenanalysen einfach machen. Dazu integrieren wir zum Beispiel Daten, wie sie in Logistik- und Produktionsprozessen häufig vorkommen, zum Beispiel Daten aus Maschinen, aber auch Daten beispielsweise aus Sensorik, die mit Maschinen verbunden sind. Diese Daten integrieren wir dann in Echtzeit und können dann komplexe Analysen auf diesen Daten so aufbereiten, dass auch Fachanwender diese Analysen bedienen können und erstellen können und man dann Störungen in der Produktion frühzeitig erkennen kann oder andere Datenanalysen kontinuierlich anwenden kann, um die Produktion fortlaufend zu verbessern. Streamtibes lässt sich auf verschiedene Art und Weise einsetzen. Normalerweise fangen wir in Pilotprojekten damit an, dass wir zunächst mal es Kunden ermöglichen, Daten fortlaufend zu analysieren, beispielsweise um Monitoring aufzubauen, um dann zum Beispiel verschiedene Daten aus Produktionssystemen so zusammenzuführen, dass ich reagieren kann in dem Moment, wo es Probleme auch gibt. Anschließend ist meistens so eine harmonisierte Datenbasis der Ausgangspunkt für komplexere Analysen. Das bedeutet, ich kann zum Beispiel auf Basis von einem harmonisierten Datenstand auch Methoden der künstlichen Intelligenz anbinden, um autonom und automatisch auf Veränderungen zu reagieren und dann auch am Ende des Tages Entscheidungen zu treffen, was möchte ich denn tun eigentlich, wenn eine Störung passiert. Das können zum Beispiel einfache Benachrichtigungen sein, das können aber auch komplexere Entscheidungsregeln sein, die mit Streamwebs definiert werden können, sodass ich anschließend richtig entscheiden kann, wie möchte ich auf Störungen und auf Probleme in meinen Prozessen reagieren. Wir haben Streamwebs in verschiedenen Forschungsprojekten bereits erfolgreich angewendet und mit verschiedenen Partnern aus der Logistik- und Produktionsbranche das Tool angewendet, um zum Beispiel Störungen in der Produktion flexibel zu erkennen. Wir haben in diesem Jahr die Lösung als Open-Source-Projekt zur Verfügung gestellt, sodass es Unternehmen einfacher ermöglicht wird, Datenanalysen direkt auszuprobieren und Streamwebs direkt in die vorhandene IT-Landschaft zu integrieren. Wir möchten uns mit Streamwebs vor allem dort positionieren, dass wir es ermöglichen wollen, dass Datenanalysen auch erweiterbar jederzeit in Form von einem Baukasten zur Verfügung gestellt werden können, sodass man eine einzige Lösung hat, mit der man auch verschiedene Datenanalysen anwenden kann und somit eine Lösung hat, die immer mitwächst mit den eigenen Anforderungen an Datenanalysen in der Produktion. ... ... ...